Von Eversberg bis Mammendorf immer die passende Info und das richtige Ticket. Natürlich auch als Streifenkarte oder Kurzstrecke. Deine MVG-Fahrinfo-App. Auf den Cent genau wird präsentiert von Samberger. Einfach lebenswerter. Viermal in und um München. Und Lupse und Lupse. Bäder fürs Leben. Altersgerechte Komplettsonierung aus einer Meisterhand. Neue Sendung, neues Glück und wieder einen Glücklichen. In dem Fall ist es eine Glückliche. Sie hat sich beworben. Beatrice heißt sie, aber was rede ich denn da? Mal lassen Sie sich einfach mal vorstellen. Mein Name ist Beatrice, ich bin 39, komme aus München und ich habe mir so einen groben Plan zurechtgelegt, wie ich das hier alles machen möchte. Da aktuell Grillpartys ja schlecht sind, werde ich vor allen Dingen kaufen, die haltbar sind. Das ist eigentlich gemein, wenn man jetzt so ein Gesicht verdecken muss. Also bei mir ist es ja wurscht, weil wir nicht grau und alt, aber junge, hübsche Damen. Aber es hilft nichts. Ja, danke für die Blumen, aber ja, hilft nichts. Hilft nichts. Und Abstand müssen wir eh wahren. Also hauen wir das Ding drauf. Machen wir. Du bist guter Dinge. Irgendwas Besonderes, was du jetzt so... Ich würde sagen, Alkohol für die nächste Party. Alkohol für den Runden. Aber du weißt ja, nur ein Artikel. Ja. Okay, gut. Dann starten wir es an. Ich suche einen Kandidaten, der spontan die 500 Euro bei mindestens 30 Artikeln in 30 Minuten ausgibt. Wie immer auf den Cent genau. Dabei gilt, kein Artikel doppelt und es gelten die ausgewiesenen Preise. Schafft es der Kandidat, darf er alles mit nach Hause nehmen. Schafft er es nicht, hat er eine halbe Stunde Zeit verloren. Du bist soweit? Ich bin soweit. Die Zeit läuft ab jetzt. So, 30 Minuten, jetzt wird es ernst. Erstmal Blumen. 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 Blumen sind immer eine gute Idee. 3,95. Ich kann, dass da ja nichts passiert hier mit Tulpen. Ich bin jetzt verantwortlich wieder für die heiße Ware hier. Alkohol. Ich brauche mal bitte jemanden für den Schrank. Da, da ist er schon wieder, der Schlüsselmann. Als erstes den Belvedere oben, bitte. Was nehmen wir da für einen? Den guten Jocker. Ach, gleich den großen. Den großen. Für die fette Party. Oh mein Liebermann, das ist ja ein Ding hier. Ja gut, das sind natürlich die großen Artikel, das ist klar. Den Moet, Rosé, bitte. Rosé, Entschuldigung. Die konnte ich nur. Okay, habe ich. Chin. So, der ist bei wie viel? 49,99. Den Chin. 10 Prozent deiner Artikel hast du schon. Da kommt noch ganz viel Kleinfeld dazu. Dankeschön. Der Jack Daniels, bitte. Ah ja, da steht es 18,99. Da ist er, danke. 18,99. So. Wie hast du schon? Wir wissen schon, grober Überschlag? Um die 250, 80, denke ich mal so. Kannst mich doch nicht kopffressen lassen unter Stress. Nein, das würde ich nie. Oh Gott, das würde ich verlieben. Hier sind wir fertig, würde ich sagen. Da sind wir durch. Okay, also reicht ja schon für die Party. Das ist so was Gesundes. Ja. Erdbeeren. Erdbeeren. So 5,99. Jawohl. Immer beliebt. Erdbeeren. Das ist doch was Feines. Dann nehmen wir hier so einen Saft noch für 3,99. Er greift zu und kippt mir das. Pack es rein, 3,99. Der Saft, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Artikel. Die Zeit, nur dass du ein Gefühl hast, jetzt 2,40 sind um. 2 Minuten 40. Okay. Dann. Der gute alte Waldo geht auch immer. Also doch noch Getränke. Ja, das sind wir noch nicht. Also den hier, den Prosecco. Ja genau, für 9,49. Prosecco für 9,49. Jawohl, schön kühl. Genau. Also nicht, dass du den Ruf einer Säuferin weg bekämpfst. Ich habe einen runden Geburtstag dieses Jahr. Ach dann, okay. Ach, du wirst schon 20. Passt auf mir das nochmal. Baileys. Ich merke schon, das wird eine fette Party. 11,99. Ich meine, das Image kriegst du weg. Da kann ich jetzt nichts dafür. Ja, ich glaube, ich habe es schon weg. Jetzt hast du ein richtiges Image. Erdbeeren und zum Saufen hier. Es gibt eine Erdbeerpole. Und nochmal. Meine Freunde sind es eigentlich. 14,99. Aber jetzt brauchen wir noch ein bisschen Schoki, ne? Für eine Party? Ja. Ja, wenn du das jetzt ohne Grundlage machst, dann wird das ein schnelles Besorgnis. Meeresfrüchte. 4,79. 4,79. 4,79. 4,79. Artikel schreibst du auch mit, gell? Ja. Vielleicht so, dass du dann drei Bahnen draufkriegst. Ein Drittel von der Menge, vier Minuten 13 sind um. Ach Gott, ach Gott. Dann für den Bruder. Das ist... After eight. Ja, dass wir nicht vom Artikel zu nadeln sind. Okay, das geht, Bralinen und Schokoplätzchen, das geht. Schokoplätzchen? Naja. Für 1,99. Ich hab's schön formuliert, damit es kein gleicher Artikel ist. Okay, dann schauen wir mal eins weiter. Mhm. Wobei, ich glaube, wir machen noch einen Abstecher zum Alkohol. Der gute Weißwein muss auch noch mit. Warum wundert mich das jetzt? Weißwein, die blaue Stunde, hat man mir hier übrigens mal empfohlen. Hat man die empfohlen. Und der ist voll lecker. Ja, du hast ja nicht weit hierher, gell? Richtig. Blaue Stunde. Was kostet das? 7,99. 7,99. 7,99. Genau, oder? Okay. Rotwein geht auch noch. Den hebe ich mir auf. Dann ist dein Ruf völlig ruiniert. So kommst du ja noch gut weg hier. Ich meine, mit der kleinen Flasche Wodka. Jetzt darf ich Schokobons. Schokobons geht auch. Schokobons. Dann nehmen wir Schokobons. Für 3,69. 3,69. Also nur, dass wir es nochmal verstehen. Das wäre das Gleiche. Okay. Verstehst? Das wäre jetzt im Artikel her das Gleiche. Nee, die will ich eh nicht. So, dann gehen wir hier mal wieder. Genauso wie Gummibärchen. Ob das jetzt grüne, gelbe, weiße, blaue, gepunktete. Außer die Berries. Die sind im Sonnach. Die kriegst du dann, wenn wir... Die krieg ich dann. Die kriegst du zum Schluss. Okay. Extra nur für dich. Wenn sich's ausgeht. Gleich geht's weiter mit Auf den Cent genau. Präsentiert von Bayerischer Fliesenhandel. Die Welt der Wohn- und Objektkeramik. Und Baby One von Anfang an in Karlsfeld und Brunntal. Einfach den schnellsten Weg finden. Einfach bargeldlos und schnell ein Ticket kaufen. Einfach informiert. Aktuell und in Echtzeit. MVG Fahrinfo München. Die starke App für das gesamte MVV-Gebiet. Und natürlich auch mit Carsharing. MVG Fahrinfo München. Die starke App für das gesamte MVV-Gebiet. Weiter geht's mit Auf den Cent genau. Präsentiert von Samberger. Einfach lebenswerter. Viermal in und um München. Und lupse und lupse. Bäder fürs Leben. Altersgerechte Komplettsanierung aus einer Meisterhand. So, dann nehmen wir hier mal noch Kokosöl brauchen wir immer. Süß. Nee, ich hab keine Badewanderung. Ja, kitzig. Keine Badewanderung. Was war das jetzt hier? Kokosöl. Kokosöl für? Für 3,99. Dann nehmen wir noch Sweet Chili-Soße. Sweet Chili-Soße für 3,99. Genau. Asiatisch ist auch immer eine gute Idee. Jawohl. So sind wir auch durch. Mhm. Aber Artikel gibt's ja genug, wie du siehst. Also, ich glaub, das geht das so schnell nicht aus. Die Joghurette geht ja auch noch. Ja. Ja? Geht auch noch. So. 3,99. Das sind alles Dinge, die ich nicht zu Hause hab. Ja, schäm dich. Fast unzumutbar. 3,99. Wollte ich schon immer mal probieren, wenn ich aber zu geizig führe. Dann, kauf's dir doch. Keksteig zum Löffel. 4,99. Ähm, Wraps. Das ist gut, wenn man sich auskennt in dem Laden, gell? Ja, das stimmt. Das ist von Vorteil. Für die Tortillas. 2,29. Der kostet die Reps 2,29. 2,29. Die sind auch gut. Dann nehmen wir mal mal. Was kettet? Auf dem Preis auch. Die einen sind 3,99. Das sind 3,99. Passt. 3,99. So. Also, von der Zeit nur das Gefühl, 8 Minuten 22. Du bist sehr gut in der Zeit. Nudeln. Frische Nudeln sind auch immer eine gute. Ich klinge wie so ein Palmabtrieb hier. Palmabtrieb mit Vodka. Jetzt wird es schwierig, was die kosten. Oder Auftrieb. Sehr fröhlich. Müssten die hier sein. Ich hoffe es. Schaut noch mal genau drauf. Die ist Sacchettini Verdi. Ja genau, mit Käse. Genau. Es ist ja Ricotta. Ricotta. Es müssen die sein. 2,29. Ja. Ja. Genau. Sollten die sein. Butter brauche ich. Oh, Kindheitserinnerungen. Ja. Was willst du? Die guten Honeypops hier. Für 2,99. Die gönnt man sich doch aber schon, oder? Nö. Alles was du da drin siehst. Gönnst du dir sonst nicht. Gönn ich mir nicht. Also heute gönnst du dir mal alles. Gönn dir Tag. Richtig. Jetzt sind wir bei 10 Minuten 9 Sekunden. Also ein Drittel deiner Zeit ist durch. Okay. Ich fühl mich unter Druck gesetzt. Von den Artikeln her würde ich sagen, haben wir auch die Hälfte locker, oder? Aber ein bisschen mehr sogar schon. So, Butter brauche ich noch. Für? 1,39. 1,39. Oh, jetzt kauft ihr auch noch die Sonderangebote. Jetzt geht schon die harte Runde. Ah ja, dann probieren wir doch mal hier den guten Starbucks. Eine Kapsel Kaffeetrinkerin. Espresso, ja leider. Ich kenne mich schuldig. Für 3,99. Wollte ich auch schon mal immer probieren. 3,99. Hast du noch einen Plan? Also irgendwas Spezielles, oder kaufst du jetzt so noch Lust? Nee, ich habe einen Plan. Du hast einen Plan. Ich merke den sofort. Das gute Himalaya-Salz. Das braucht man unbedingt für 13,99. Für meinen Senior auch was? Preise haben wir. 2,49. 2,49. So, dann gehen wir eins weiter. Baby, Babynahrung. Brauchst du Windeln? Nee, du. Ich? Ja, noch geht's. Noch hält's. Oh. Ja. Oh. Ach ja, komm, ne? Single. Sicher geht vor. Kondome für, was welche waren's? Für 5,99. 5,99. Mhm. Hallo? Ich darf das? Ja, das darf jeder. Das ist wenigstens gescheite. Gefühlsächt. Gefühlsächt. Ja, in den Zeiten ist das ein bisschen schwierig oder so, mit Ausgehen und Kennenlernen. Wir nehmen noch Frauensachen mit. 3,55. Ob es? Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr das habt, dass ihr den ganzen Mann braucht. Ja. Dafür brauchen wir mehr Rasierschaum. Seid ihr da nicht so sicher? Ja, okay. So, baden. Stimmt. Wäre auch schon wieder ein Vorurteil. Dann nehmen wir das doch. Ja. Ja, klar. 9 Euro. Baden. Und von der Zeit sagen wir 14,40. Okay. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen schneller. Also jetzt hast du knapp die Halbzeit. Dann nehmen wir hier die Alpro Kokos ohne Zucker. 2,79. Genau. Eier sind auch immer gut. Freiland aus Bayern. Das sind die Aufgaben. Kosten? 2,99. Wir brauchen noch. Milch hast du auch noch nicht. Du hast jetzt nur Soja. Ne, genau. Eine gute Heumilch für 1,39. 1,39. Jetzt melchst du sie auch durch. Wie wäre es mit Sirup? Auch gut. Zum Mischen. 100, bitte. 6,99. 6,99. Duschen wird überbewertet. Gleich geht's weiter mit auf den Cent genau. Präsentiert von Bayerischer Fliesenhandel. Die Welt der Wohn- und Objektkeramik. Und Baby One. Von Anfang an in Karlsfeld und Brunntal. 2,99. Die Welt der Wohn- und Objektkeramik. Am nächsten Tag haben wir gar nicht mehr gemerkt, dass überhaupt jemand da war. Da sagt noch mal einer, die Männer saufen. Nein, das würden die ja nicht tun. Die trinken und die Damen genießen. Und Beatrice genießt im Besonderen. Der Alkoholkonsum für die nächsten ... Monate ist gesichert. Und jetzt schauen wir mal, ob sie die ganze Rallye auch richtig schafft. Also weiterhin viel Spaß mit Beatrice im Edeka in der Hofstadt. Dann nehmen wir die Glück-Marmelade. Aprikosen 2,59. 2,59. Einmal Marmelade. Willst du eigentlich mal so zusammenrechnen? Zwei, drei Sachen, dann rechnen ich zusammen. Was hast du Artikel? Hast du mitgezählt? Ich habe keine Nummern geschrieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe mir jetzt auch keine Überblick mehr. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vier, fünf, zehn. 30. Du bist ja schon weit drüber. 435. Du bist ja schon lang durch. Also da brauchen wir uns keinen Kopf mehr machen. Du kannst dich also konzentrieren nur noch auf Auffüllen. Okay. Honig. Dann nehmen wir Akazienhonig für 8,49. 8,49. Hoffentlich kann der was. Boah, der geht von selber übers Brot. Bin mal gespannt. Gilt Müsli? Klar. Okay. Wieso nicht? Du kannst alles kaufen. Nee, wegen den Kellogs. Nein, das ist was anderes. Okay. Superfruit nehmen wir da mal. Also 9,90 Euro. Jawoll, 9,90 Euro. So. Ich schreie schon, wenn ich jetzt irgendwas habe, was zwickt hier. Dann nehmen wir noch. Dann das Gute noch zum Espresso. Jetzt kommt doch wieder die Party-Ecke. Cantuccini. Cantuccini. Für 4,19 Euro. Cantuccini. Schöne knackige Kekse. Jam, jam, jam. Wie viel war das? 4,19 Euro. 4,19 Euro. So, und zuletzt würde ich sagen Linsenchips. Du hast das noch im Überblick. Ist das überhaupt noch drin? Ich meine, wir haben noch gar nicht zusammengezählt. Bist du noch da oder bist du schon bei 10.000 Euro? Ja, genau. Ah ja, hier, schau mal die für 1,99 Euro. Linsenchips. Kennst du die? Ne, die kann ich tatsächlich nicht. Die sind voll lecker. Die sind noch mal vorbeigesaut. Die sind voll lecker. So. 40 Prozent weniger Fett. Die machen praktisch schlank beim Hinschauen. Wenn es so wäre, gell? Ja. Die Chips gibt es noch nicht. So, jetzt würde ich mal zusammenrechnen. Dann nehmen wir uns doch ein gemütliches Plätzchen. Hier zum Beispiel schon mal her. Hier kannst du dir dein Schild ablegen. Dann rechnen wir mal zusammen. Ja. Da, genau. So. Trommelwirbel. So. Jetzt mit ruhiger und konzentrierter Hand. Das kann jetzt dauern. Das sind ja schon fast 40 Artikel hier. Ja, das Rechnen. Also sie hatte jetzt wahnsinnig viele Artikel eingekauft. Die 30 hatte sie gleich voll. Das ist ja schon ein guter Satz drüber. Aber noch nicht wirklich gerechnet, ob das jetzt ausgeht. Was? Das kann nicht sein. Wo bist du? Bei 458 05. Du hast noch genügend Zeit. Ich würde halt dann bloß mal irgendwo eine Zwischensumme machen, damit du nicht mit anfangen musst. 21 34 sagt die Uhr. Oh Gott. Okay, rechnen wir das Ganze halt nochmal. Sicher ist sicher. Weil vor allen Dingen nicht von vorne bis hinten durchrechnen, das ist immer ein Nachteil. Also immer so in Abschnitten, weil dann kann man auch nochmal nachkorrigieren. Man kann vor allen Dingen ein Teil rausnehmen. Also Beatrice, komm, das Ganze wird jetzt nochmal ordentlich aufgerechnet und dann aufgefüllt idealerweise. Das heißt, wir brauchen noch was Großes. 23 20 sagt die Uhr. Okay, 457 05. Es fehlen 42 95. Schande. Was nehme ich denn noch? Völlig bei dir. Was du willst. Los, jetzt Gas geben. Rotwein. Rotwein. Der fehlt da noch. Genau. Mit Gas geben hat sie es wörtlich genommen. 9 49. 9 49. Okay. Was kostet ein Kasten Coke Zero? Ein Kasten Cola. Kasten Cola. Da steht es ja dran. Moment, wir rechnen das gleich zusammen. 9 49 und 3 30 Pfand. Ähm, ich kann gerade nicht kopfrechnen. Ja. Upp. So. Passt. Ich habe gesagt 42. Okay. Minus. 9 49. Minus. 9. Du rechnest jetzt Minus, dann kann ich eh nicht mehr helfen, weil jetzt ziehst du ab. Ich verlasse mich jetzt auf deine Rechenkunst. 20 Euro 67. Brauchst du noch? Ja. Okay, dein Glückscent hast du, das weißt du. Okay. Du kannst also einen Cent drunter sein, einer drüber geht nicht. Okay, 20 67. 20 67. Dann die Torte für 9 99 glaube ich. Nee, 10 99. 10 99, hast du die richtige? Äh, ja. 9,68 Euro. Da stehen nirgendwo Preise dran. Was suchst du? Da stehen nirgendwo Preise dran. Ja, ja. Hier stehen sie überall dran. Vorne nur. Hier, lauter ungerade. Was brauchst du denn? 9,68 Euro. Hier gibt's alle Preise. Okay, dann holen wir noch was anderes. Was haben wir hier zum Spielen? Das ist zu viel. 9,68 Euro brauchst du noch. Ja. Gleich geht's weiter mit auf den Cent genau. Präsentiert von Bayerischer Fliesenhandel, die Welt der Wohn- und Objektkeramik. Und Baby One von Anfang an in Karlsfeld und Brunntal. Einfach den schnellsten Weg finden. Einfach bargeldlos und schnell ein Ticket kaufen. Einfach informiert. Aktuell und in Echtzeit. MVG Fahrinfo München. Die starke App für das gesamte MVV-Gebiet. Eines Tages werden wir alt sein. Wir werden alt sein. Und wir werden zurückblicken. Wir haben viel erlebt. Wir haben viel gelacht. Haben die Nächte zum Tag gemacht. Wir sind geflogen. Wir sind geschwebt. Wir haben das beste Leben gelebt. Hey! Ja. Eines Tages werden wir alt sein. Und ewig jung bleiben können. Ja? Hä? Bäder fürs Leben. Lupse und Lupse. Das komplette Bad aus einer Meisterhand. Und natürlich auch mit Carsharing. MVG Fahrinfo München. Die starke App für das gesamte MVV-Gebiet. Weiter geht's mit Auf den Cent genau. Präsentiert von Samberger. Einfach lebenswerter. Viermal in und um München. Und Lupse und Lupse. Bäder fürs Leben. Altersgerechte Komplettsonierung aus einer Meisterhand. 9,68. Was kosten die? 9,68. Was kostet sowas? 9,68. 6,99 Euro. 6,99 Euro. Das haben wir noch nicht. 2,69 Euro. Nein, das kriegen wir doch. 2,69 Euro. Komm. 2,69 Euro. Die Zeit sagt 26,43 Euro. 2,69 Euro. 2,69 Euro. Ja, nehmen halt mehrere Artikel. Du musst doch noch mal aufteilen. Du musst doch noch nicht einen. Ja, ja. Ich überlege gerade Minus. Mal schauen. Minus 2,26 Euro. 43 Cent. Ist das schlau? 43 Cent oder lieber 2,69 Euro weitersuchen? Boah, du fragst mich Sachen. Ja, ich würde eher weitersuchen. Aber jetzt helfe ich nicht mehr. Weitersuchen für 2,69 Euro. Was habe ich gesagt? 2,69? Ja, wenn deine Zahl stimmt, das weiß ich nicht. Ja. Aber 2,69 hast du gesagt. Ja, da muss ich jetzt drauf vertrauen. Ja, da bist du leicht deinem Artikel. Okay, das stimmt. Da hast du recht. Die 9. 2,69 Euro. Zum Beispiel hier 2,79. Scheiße, 2,69 Euro. 2,69 Euro. 2,69 Euro. Käse. 2,69 Euro? Nein, Käse ist teurer. Ich guck mal hin. 2,49 Euro? Okay, dann hättest du noch 20 Cent. 20 Cent? Oder? Wie viel 20 Cent habe ich denn noch? Was kostet? 2,69 Euro. Ja. Pass auf, wir haben jetzt 27,48 Euro. Rechne lieber den Schluss noch mal. Nicht, dass da jetzt ein Dreher drin ist. Kann ich nicht mehr rechnen. Kannst nicht mehr rechnen. Gut. Dann muss ich auf deinem Artikel. 2,69 Euro. 2,69 Euro. 2,69 Euro. 20 Cent, was kostet eine Tüte? 15 Cent. 18. Kostet keine Tüte 20 Cent. Das weiß ich nicht, da müssen wir schauen. Willst du das machen? Nimm es mal mit, also kann ich es mitnehmen? Ja, klar. Ich nehme es mit. 28,21 sagt die Uhr. Die sind alle auf 300 geraten. Okay, dann vor. 20 Cent haben wir noch? 20 Cent, ja, weil nach deiner Rechnung ja. Okay. guck mal. Scheiße! Beatrice, wo bist du? Von der Kasse! Entschuldigung! Schaut mal nicht. 2,29 12. Schaffe ich nicht. Was haben wir 20 Cent noch? 20 Cent, ja. Ja, ich hab noch, wenn ich sag, 1 Euro noch übrig, 1 Euro. 1 Euro hast du jetzt noch. Ja, ich weiß, ich nehm ne Tüte, mach das raus. Moment, Moment, was, was, das ist ein Schmalz, oder was? Ja. 249 kommt wieder raus. Ich hatte doch gerade hier. Ich nehm das, 169. 169. Für 1 Euro. Permanent-Tragetasche, welche ist denn das? Welche ist denn die Permanent-Tragetasche? Die Permanent ist doch die hier. 1 Euro. Das ist die Permanent, ja? Okay. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Du bist durch, oder? Ich glaube, ja. 3, 2, 1, 0. Du hast es rausgemacht, okay. 59 und 87, 100, also da geht nix mehr. Ja, da geht nix mehr. Damit sind wir jetzt ganz hart. Spannend haben wir es gemacht. Das habe ich jetzt raus, gell? Okay. Nur, dass das nochmal feststeht. Also der zählt jetzt nicht mehr mit. Dann gehen wir mal den Schmalz zurück und dann gehen wir an die Kasse da drüben. Es wurde zum Schluss noch ganz schön hektisch. Und ich bin echt gespannt, ob ich es geschafft habe. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher. Also, einen Kasten mit Pfand. Ich lass schon nach. Ich merk schon. Die Tüte nochmal her, das kann man ja noch einpacken. So, und wir auf die Seite. Ich kann gar nicht hinfahren. Sie mag kein Alkohol. Nee, nee, Alkohol wird drüber bewertet. Boah, Monster. Und rein damit. Das wäre schon eine feine Party hier. Ich hoffe, die bringen alle die passende Grundlage mit, damit sie den Alkohol vertragen. Haben wir zu wenig? Zu wenig? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also Artikel auf jeden Fall nicht. So, und den letzten Artikel auch ein. Aber ich habe, glaube ich, ein paar Kalorien verbrannt. Das ist in der momentanen Situation ganz gut. Ja, da war hinten jetzt ein Rechner. Also, dann ist es aber mit den 269, wäre es auch egal gewesen. Ja, das wäre hier, das Smint wäre gut gewesen zum Weglassen. Dann wäre es nämlich genau 499 irgendwas gewesen. Ja, das war jetzt ein bisschen zu viel drüber, gell? Es ist auch egal, wenn es 1 Cent drüber ist, wäre es genauso. Macht nix. Alles gut. Chef des Hauses, ich meine, wir sind eher Triebentümer. Ich hätte auch einen guten Vorschlag, gell? Weil Geburtstag, Porte ist immer gut, oder? Geburtstagstorte. Und ich meine, eine Torte, die ist ja trocken. Auch wenn sie so saftig ist, dann muss man was runterspülen, oder? Nehmen wir noch ein Prosecco dazu, oder? Ein Prosecco dazu. Und das machst du, Florian. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So, dann würde ich sagen, kleiner Trostpreis ist es, oder? Danke, voll nett. Finde ich super. Es ist halt, wie es ist, gell? Also, ich hätte jetzt sogar vermutet, dass du knapp so 2, 3 Cent runter gewesen wärst. Von dem, was du mir gesagt hast. Aber die letzte Zahl, das ist immer gefährlich, wenn wir vom Plus rechnen, dann auf einmal abziehen. Ja. Da kommen sehr viele Fehler. Ich mach das so selten. Ja, ich leider nicht. Aber geholfen habe ich trotzdem, aber es hat jetzt nix geholfen. Ich fand's trotzdem voll. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Geschmack an der Sendung gefunden, Lust zum Einkaufen, kein Problem. Dann bewerben. Unter bewerbung.at.werkmeister.tv Keine Ahnung, wo wir das nächste Mal sind, aber dann bist du vielleicht der Kandidat. Also, bis zum nächsten Mal. Servus. Auf den Cent genau wurde präsentiert von Bayerischer Fliesenhandel, die Welt der Wohn- und Objektkeramik. Und Baby One von Anfang an in Karlsfeld und Brunntal.